Die haben sogar so ein Feuerstellding mitten am helllichten Tag in der Wüste ach schön ich hab grad ein bisschen Pippi in den Auge ach mal da süß da fängt er an zu sehen der scheiß Grunt süß ok Hitler groß raushauen lassen haben sie ein süßes Lied gehört da hinten am Gebiet steht direkt neben dir aber woraus ich sagen wollte mit der Eitelkeit das hat mal das ist bei die Legende der Wächter 10. 11. Band ein sehr beliebtes Wort weil der Typ der Strieger da irgendwie was voll gegen Eitelkeit hat und somit den Baum unter Kontrolle bringt nicht gut deswegen mach ich Koren gar nicht Schnauze der hat den Hinterkurs zu machen mit wem lauerst du? ok wir dürfen uns anscheinend jetzt bewegen halt du doch Abstand wenn ich jetzt ein richtiger Spartan wäre dann wäre irgendwo hier der Kopf hier unten wäre er naja so gut so übertrieben jetzt auch nicht aber ihr wisst was ich meine ok die chillen sie jetzt da einen ab und wir gehen weiter und machen irgendwas anscheinend ok mal können wir am besten bereit wenn sie es sind Osiris ich hätte jetzt gerne mal im weiblichen Eliten gesehen ok kathrin Horsey Statusmeldung ich spiele hier bei ihrem Protokoll mit Perls wenn die vier mir einen aktiven Konstrukteur bringen kann ich mich in den Wärter einklinken er wird Cortana Signal empfangen sobald es ausgestrahlt wird und in den Hyperraum eintreten aber ich glaube ich kann ihn dazu bringen vor dem Sprung erst noch das Meer zu verlassen ich werde ihn in den Himmel über Tsunion bringen wie sie wollten und im Gegenzug könnten sie mir zur Abwechslung mal ein paar Hilfsarbeiter mit Köpfchen schicken und diese verdammten Wachen abkommandieren ich werde schon nicht abkommandieren bereit wenn sie es sind Osiris Spartan Palmer hallöchen Popörchen mein Gott siehst du scheiße aus hast du zu kommen los geht ok ich gehe in die andere Richtung nein scheiße ich dachte wir könnten die jetzt mal voll verarschen oh guck mal eine an das ist eine Stanghelion Statue da sind ziemlich viele Stanghelien ach komm mach doch die Beine zu ach igitz ich hab's mal für euch hier schwarz ausgebendet ich hoffe ich hab das nicht vergessen jetzt so wie lange nehmen wir eigentlich jetzt schon auf ok wir können noch eine Mission die Allis die Allis guck mal die hat meinen Helm auf ich verbinde sie jetzt mit dem Battlenet des Gebietes viel Erfolgsbar danke brauche ich nicht kommt ihr mal es ist so unfair hier sind so viele krasse Neurega noch die man noch bestreiten könnte und ich muss eigentlich nach da aber wer weiß was hier so ist genauso wie wir als wir zu Katana gegangen sind so ein riesen Areal keine Ahnung ob sich da irgendwo was versteckt aber du musst halt gucken aber es ist halt so viel wie du da lang laufen musst oh jetzt tut's mir voll leid sie zu töten ich will die nicht töten ich glaube wir werden sterben natürlich sterben wir irgendwann ey die tut mir voll leid die beiden ich will die nicht töten nein nein wir umgehen sie ach warte es tut mir so leid die hatten Träume und Hoffnungen deine Kante denken oh was haben wir jetzt schon wieder du bist Schande oh was ist denn das jetzt für eine Chormusik scheiße es gibt noch viele Menschen was ist denn das oh es ist ein riesiges Reimschiff okay was ballert der auf uns oder ich ball einfach mal hier und genüsse die Aussicht die treffen 1a die Leute das sind da den Kraken übertreib die Truppen das Gebiet das lecken den Kraken ab rücken sie zur Position des Kostrunders vor okay hier können auch gleich die Knie angeflogen los geht's ach schön ich hab noch nicht mehr so viel zu lachen bei Halo ok ich bring die rum Ungläubiger ich liege auf dem Boden danke wir sagen Hedy ist tot ich hab auch eine Schwachstelle das ist mein nickes Füßchen sehr schön ok ein hübscher Schnauze meine Brüder er sieht Grunt als Brüder welche schwere Waffen alles sauber schaltet den Schild aus schaltet den Schild aus stirb Schild erledigt ok ja kein Problem easy ok was haben wir hier Feindes uh das nehmen wir mit sehr schäme sehr schäme hier ist noch ein äh Niedler finden würde wär ich über glückliche perfekt aha ich hab keine Ahnung schäme 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 nein wer ist das hab ich ihn aus zusammen gebracht ok wo muss ich hin schäme ja los 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 Die Position befindet sich zwischen Osiris und ihrem Ziel. Verstanden. Wir können jetzt zurück aufrechterhalten. Abstand halten. Und weiter zum Tempelgelände. Halten ihn von den Fortschritten. Zwei zu links. Drüben. Achtung. 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 Unterschwerung. Beschluss. Die vermissen noch ein bisschen die Scarabs. Au. Wir müssen jetzt auch einen linken Ghost haben. Schaut so lange, bis die kaputt sind. Tanaka, du Lappen. Brechen, abbrechen. Er ist anscheinend tot. Ich war jetzt einfach mal. Autsch. Geh lang. Zeit, mein Sank. Tschüss, Kraken. War schön mit dir, Kraken. Hat Spaß gemacht. What the fuck? Ich habe nur Glück gehabt, dass sie direkt vor mir explodiert sind. Ah, fuck. Okay. Geh mal weiter, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Auf zum Walmart. Zum Abschlussverkauf. Okay. Hallo. Wie kann es sein, dass ich aussehen? Ein Kumpel von einem Kumpel war dabei. Das ist schön, dass du schießt. Das freut mich doch. Jetzt werden sie auch noch lustig. Ich werde irre. Das ist schön, dass ich das Feuer eröffne. Das ist noch nicht zum Spaß hier. Hast du mich gerade geschlagen? Kacken, dreist. Schauen wir mal jetzt so. Angreiköpfe. Angreiköpfe sind nutzlos. Sehr schön. Schnauze da drüben. Gibt es ja wohl nicht. Aua. Schnauze. Unsere geliebten Köpfe. Unsere geliebten Köpfe. Was stimmt nicht mit denen, alter?